Willkommen bei Meamedica. In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Sie sich anmelden und und wie man ein neues Passwort anfordert. Gehen Sie zu meamedica.de und klicken Sie auf Login. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Passwort ein. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, fordern Sie ein neues an. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail mit einem neuen Passwort, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und neues Passwort ein. Ändern Sie dieses neue Passwort, sobald Sie wieder in Ihrem Konto sind. Geben Sie Ihr temporäres Passwort ein, zusammen mit Ihrem gewünschten Passwort. Richten Sie die Two-Factor-Authentifizierung ein, um Ihr Konto zusätzlich zu schützen. Wir hoffen, dass diese Anweisungen hilfreich sind. Haben Sie noch Fragen? Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören.